Also, sehr geehrte Frau Schulz, zum Herrn Sehbar-Luru. Ich darf Ihnen im Namen des Bürgermeisters und der Führung der Staatsanlass gewünscht und die Einladung ab der Goldener Mob Zeit bei der öffentlichen Ehrung teilzunehmen. Bis dorthin wünsche ich Ihnen viele Jahrestage und die Belehrung dieser dreizeitigen Kronen. Vielen Dank. Vielen Dank.